Herzlich Willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu einer neuen Folge Rusty Lake Ich hab das ja mal angefangen gehabt und dann mal beendet gehabt Ich würde sagen wir fangen jetzt aber wieder mal an Und schauen ob ich es richtig diesmal schaffe Ich hoffe es wäre cool Also ne stimmt es ist ein Eimer mit Wasser Das Spiel habe mir ja die Alexandra geschenkt Also die Alexa So Was wüsst'n du? Oder die Merrick Da kommen irgendwie Samen rein oder? Zumindest schauts nach dem aus Was der Drink ist noch nicht fertig oder was? Blut, Wodka Was ist am Ende? Ja Was habe ich denn da? Ist schon geöffnet Kann natürlich sein, dass ich schon geöffnet habe Ich bin mir jetzt nicht sicher Leere Flasche Glas Warte mal Warte mal Da habe ich noch raus gezogen Nee So Jetzt gehen wir mal darüber Warte mal Warte mal Warte mal Ich habe jetzt hinbekommen Dass ich ja das drin habe Und jetzt schauen wir mal was wir da machen Ich glaube Ich müsste es da rein und jetzt erhitzen Was ist die andere Frage Wo muss ich denn das da hinstellen? Das erhitzt sich ja Das muss ich ja auch irgendwie rausnehmen können oder? Was ist denn das? Das ist denn die Frage Was das ist? Ich muss gleich finden Ganz ruhig Nein Warte mal Das ist das ja mal die ganze probie gleich zu traften kann es doch sein dass man vielleicht einfach nur abwarten muss und durch muss man die ich habe jetzt drücken die frage war wie ich warte mal warum war nicht irgendwo da hier das ist klar 1 einmal die warte mal warte mal warte mal wo ich jetzt hier irgendwie weiter verschwende ach mal ein foto machen damit es mal weiter geht so also 1 2 samen die augen kriegt von den sauen so rein damit mag ich so mit hallo giftige samen die kommen doch in den bladdy mary verschwunden nicht mit ihm bei mir was kommt daran was ist mit die jetzt eigentlich ist die andere frage so warte mal warte mal kann das denn dass ich das sicher auch nicht so giftiges pulver was kommt da jetzt noch rein bladdy mary jahre warte ok weil ich sie lieben mit es ist das auch nicht ich habe mir um n nie man kann ich auch nicht mal geben die schachtel drauf hier kann ich nicht mehr raus ohne fleisch übrigens mit dem bloody mary der bräumer ist aber nicht fertig das muss ich denn da jetzt auch machen ist die gute frage abbas ich bin mir nicht ganz sicher was zu geiles hier dringen wenn ich ein leckeres Cocktail für fleisch ring manchen zu liegen gluck 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 mein kind sind m m mit kampeln rosmarin haben wir schon ein neuer tag jetzt ein tuch weniger die lobby sie müssen zubereiten hier wollen er freut sich der herr koch erster abend dass die ihre genossen essen kollegen was für fast perfekt ist perfekt nichts fast ist was wir deren problem ein daher ist das die ergen ach die lobby ja Der Moment, wenn es anfängt zu regnen, werden es auch nicht. Das machen wir jetzt, Regas. Kein Bock auf den Regen. So, rein da! Mr. Cat, oder wie ist? Mr. Cat. Der Mr. Cat, oder? Was gibt es noch dafür Zimmern? Nein, das will ich nicht noch mal spielen. Geh mal zu dem rein, hey! Was kann ich für Sie dann? Ach, sicher mache ich ein Foto von Ihnen. Ja, sicher. Aber nur eine Kamera. Warum die überall Feuerzeuge? Ah, ich meine... Na gut. In der Zeit hast du eigentlich auch die Sachen alle mit Hand gemacht. Zumindest die Sachen, äh, wie es nicht mit Hand ist, sondern... Da hast du die Sachen ja alle noch, ähm... Ähm... Doch, beha... Mit dem... Mit dem... Gleich Hölzer hat sie noch gemacht. Was fehlt denn bei dir noch? Nein? Irgendwas fehlt noch mal. Was ist die Frage? Na, Kaspar! Hallöchen! Ich habe einen Erfolg bekommen, deswegen... H humor wurde nicht mit constantly im비�vändian. Ja, was ist das? Damals wurde eigentlich nicht mitgeleitet. continuer indem er hat das Problem kommt am Grund von allem, was bestimmt auch immer wir erhalten, aber wir können eben nicht mit dem Bezug vorkommen. du kannst du hinkommen nächste frage so nie also ich habe es wirklich so gemeint ist oder erzählt noch etwas fehlt noch irgendwie ist das licht an aber das nicht kann das sein irgendwo ja noch was hallo die hand kommt nicht natürlich gar nicht okay wir sagen damit wir sind das um wir sind damit weil ich auch keine neue kombinieren die folge wir sind beim nächsten mal wieder bis dann Leute ciao ciao uuuh 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 uuuh